Volkan Akildiz Nummer 33 Mein Verein seit Sommer 2017 Ja, ist natürlich ganz was anderes. Da war ich mit zum Spielen und war echt hervorragend. Weitere Ziele natürlich, mehr Einsätze kriege ich auch. Und um nötige Tore zu machen. Tortellini Selten Ja, ich kann gern schwimmen und ins Kino. Schön war's.